Kommunikation ist wirklich etwas Wunderbares. Falls wir nicht das Gefühl haben, dass wir uns sozusagen zu Tode kommunizieren. Kommunikation funktioniert im Unterbewusstsein. Innerhalb von 0,5 Sekunden, weniger als eine Sekunde, zack, Sie haben da gerade etwas aufblitzen sehen, entscheiden wir, ob wir das, was wir sehen, als Feind oder Freund halten, fliehen oder bleiben. Ist es zu gebrauchen oder nicht? Kommunikation kommt aus der Steinzeit und hat mit gedrucktem oder mit Fernsehen oder Internet nicht das Geringste zu tun, sondern es ist eine uns innewohnende Angelegenheit des Körpers. Lesen. Wir glauben immer, Lesen oder Hören oder Fernsehen sehen wäre Kommunikation. Naja, aber Lesen tun wir eigentlich nur im Durchschnitt eine Stunde am Tag. Aber auch nur die Literaten, die wirklich lesen können. Die Analphabetenrate in jedem Land ist erschreckend hoch. Es gibt drei Elemente für grafisch-visuelle Kommunikation. Text, Farbe, Bild, Ende und Aus. Mit diesen drei Elementen müssen wir auskommen, um alles das zu machen, was wir anderen Menschen mitteilen möchten. Unser Gehirn ist manchmal ein wenig überfordert. Viermal je Minute im Durchschnitt muss es etwas lernen oder sich erinnern. Das ist ganz nett heftig, auf die Stunde hochgerechnet. Rund 250 Vorgänge mal acht Stunden, 2000 in einer Arbeitsschicht und mehr. Aber wir werden gleich noch eine Zahl sehen, die noch erschreckender ist. Wie kommt man daraus aus dieser Nummer? Wie kann man in dieser Informationsflut eigentlich noch Erfolg haben? Nun, indem man sechs Richtige hat. Nicht im Lotto, sondern mit dem richtigen Inhalt, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Medium, im richtigen Design, also der richtigen Aufmachung, beim richtigen Empfänger ist. Und das auch noch auf dem jeweils richtigen Kanal. Da, wo wir Informationen in Anführungsstrichen senden und eben halt die Empfänger auf Empfang sind. Im Wort Kommunikation steckt das Wort Unikat. Das ist ein netter Gag. Aber ja, was kein netter Gag ist, ist, dass ungefähr sieben Prozent der Betriebskosten durchschnittlich Kommunikationskosten sind. Das heißt also, tatsächlich die Kommunikationseffizienz zu erhöhen, ist ein wesentlicher Faktor auch der Rentabilität auf den Büros. Schreckliches. Nur weniger als zehn Prozent der Bürodokumente sind eigentlich wirklich gut gestaltet und zu benutzen. Der Rest ist Schrott. Man muss sich das einfach mal bei einem Buffet vorstellen. Als wenn man dort rund zehn Prozent essen könnte und vom Rest würde es einem schlecht. Ja, genauso geht es einem mit Bürodokumenten. Die maximale Lebenszeit mag lang sein. Aber die maximale Lesezeit, selbst für komplexe Dokumente, ist im Durchschnitt zehn Minuten. Wir machen uns stundenlang, tagelang, wochenlang, manchmal monatelang Gedanken darüber, wie wir, was wir, welchen Empfängern mitteilen wollen. Und die fliegen mal drüber. Und das war's. Prüfen Sie sich selbst. Wie lange können Sie wirklich am Stück lesen? Es ist gar nicht lange. Die durchschnittliche Lesefähigkeit bei Jugendlichen liegt bei maximal zwölf Minuten. Im Durchschnitt. Klar können Sie auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde lesen. Aber die meisten können gar nicht lesen. Also im Schnitt Jugendliche zu informieren, zack, 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 oder gar nicht. Dass man in dieser Zeit nicht informieren kann, ja genau das ist das Dilemma. Und noch eins. Wir müssen heute in einem Monat so viel erledigen, wie vor rund 20 Jahren in einem ganzen Jahr, was die Information und Kommunikation angeht. Das monatliche Informationsvolumen steigert sich permanent. So. Wissen Sie jetzt, warum Sie abends erstens völlig fertig sind und zweitens das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben? Es gibt erschreckende Zahlen. Der Arbeitszeitverlust durch fehlende Informationen und falsche Informationen. 20, manchmal 30, 40, 50, 60 Prozent sind durchaus normal. 20 Prozent ist also eher eine untere und milde Zahl, um keinen zu erschrecken. Die Entwicklung der Menschheit. Würde man sie für 24 Stunden leben, dann haben wir erst seit einer halben Minute Bücher, die Buchdruck-Ära. Also Kommunikation hat nichts primär mit gedruckte Mitschrift, mit grafisch-visueller Kommunikation zu tun. Wir Menschen können auch anders kommunizieren. Nur das haben wir inzwischen mehrheitlich scheinbar verlernt. Tja, sind wir denn ein Volk der Dichter und Denker? Nein, in Zentraleuropa, wo wir uns immer auf die Kultur des Schriftlichen, auf unsere wunderbaren Klosterbüchereien berufen. Nein, wir geben, ob das hier Deutsche sind oder Schweizer oder Niederländer, Engländer, Franzosen, das ist also ungefähr das Gleiche. Wir geben ein wenig Geld aus für Bücher und beispielsweise eine ganze Menge mehr für Möbel. Wir geben doppelt so viel Geld aus für Rauchen im Durchschnitt, obwohl eben auch nur wenige Menschen rauchen, aber im Durchschnitt der Bevölkerung doppelt so viel wie beispielsweise für Zeitungen. Schrott? Tja, ab ins Altpapier. Die Hälfte aller Drucksachen ungefähr. Ist binnen eines halben oder längst eines Jahres veraltet? Stimmt nicht mehr? Sind Fehler drin? Aber natürlich, die kennen wir nicht immer. Wir wissen nicht, wenn wir etwas lesen, ist das richtig oder falsch. Klar, deswegen boomt das Internet. Nicht, weil es elektronisch und digital und tralala ist, sondern weil es die einzige Chance ist, dass wir den enormen Wissenszuwachs tatsächlich noch bewältigen können. Ja, bewältigen. Die taffen Manager. Hunderte Vorgänge an einem Tag. Tausend Entscheidungen. Das geht gar nicht. Das Gehirn kann nur 60, 70, seien es 80 Vorgänge, komplexe Vorgänge täglich bewältigen. Mehr führt zu Konfusion im Kopf. Und wenn Sie manchmal das Gefühl haben, die in der Geschäftsleitung, die machen ja nur Quatsch, kann man nur sagen, ja klar, natürlich machen die nur Quatsch, weil sie sich alle viel zu viel, viel zu viel zumuten. Es geht überhaupt nicht. Das Wissen der Menschheit. Fast komplett jünger als ein Jahr. Das heißt, nächstes Jahr wissen wir, erschreckende Zahl, doppelt so viel wie jetzt. Wir wissen ja jetzt schon nichts. Ja, da wissen wir gar nichts mehr. 85 Prozent des Wissens. Jünger als ein Jahr. Und 90 Prozent der Arbeitszeit im Büro entfallen auf Suchen, Arrangieren, Organisieren, Archivieren. Nur 10 Prozent sind kreatives Arbeiten. Jetzt werden Sie sagen, bei Ihnen sind es, haha, 30 Prozent. Nein, nein, 1 Prozent wäre auch eine ganz gute Zahl. Fernsehen. Früher dachten wir, das ist was für die jungen Menschen. Nichts. Es ist etwas für das Altersheim. Und dort sieht man intensiv fern. Immerhin sind das vier Stunden am Tag. Mitteleuropäer im Durchschnitt. Aber vor allen Dingen Ältere. Papier ist ewig vorhanden, hören wir immer. Quatsch. Wenn die Asiaten so viel Papier verbrauchen würden, wie die Europäer oder, schweige denn, die Amerikaner, gäbe es auf dieser Welt keine Bäume mehr. Wir haben nicht endlos Papier zur Verfügung. Wir müssen sorgfältig damit umgehen. Natürlich haben wir im Moment genügend, weil eben auch die Asiaten weniger verbrauchen. Aber wenn, dann wird es kompliziert. Nur sind die meistens so schlau und steigen gleich aufs Internet um oder dort ein und erst gar nicht über den Umweg des Druckens. Wie viele Dokumente werden eigentlich weltweit gedruckt? Ja, 31.000 ist so eine gesicherte Zahl. Aber pro Sekunde. Und jetzt nehmen Sie mal Ihren Taschenrechner zur Hand, falls der noch vorhanden ist. Das sind pro Minute, pro Stunde, pro Tag. Ihnen wird schwindelig. Schwindelig wird es Ihnen, weil rund 40.000, 30.000, 50.000, ist doch egal, aber jedenfalls eine unwahrscheinliche Zahl von Informationsimpulsen auf Sie werktäglich einprasseln. Abends wissen Sie nicht mehr, was Sie tagsüber getan haben. Das können Sie auch überhaupt nicht. Ihr Gehirn ist dafür überhaupt nicht ausgelegt.